Yo Leute, ich habe Pokémon wieder drauf und bin momentan heute einfach mal ein bisschen faul und habe mir gesagt, ey komm, was geht einfach mal besser, um Eier zu farmen? Ja genau, mein Freund, der Rasenmäher. Und da drücken wir auf Start und sagen ab dafür. So, den lasse ich jetzt mal die nächsten Stunden machen und mal schauen, was dabei so rauskommt. Bis dann!